So, welche perverse Titel erwarten wir uns jetzt? Ernsthaft, Rayman? Ernsthaft, Rayman? Okay, ja, alles klar. Da begeben wir uns in die haltlosen Höhle. Oh, da gibt's keine Halt mehr. Ja, dann. Aua. Warum prügelst du mich? Ruhe. Das ist ein bisschen Traber, der zwirbelt auch. Der Todesdil, du, aus der Hölle. Du, durch den Baum, durch, schau. Mein so schön. Also, ich hab mein Herzkult. Wie ist denn das gegangen? Oh, entschuldige, es ist zu spät vor der Stunde, es ist schon okay. Danke, San. Aber ich nehme das. Da ist ein Blattfamm, ich weiß schon. Ja. Oh, Alter, das ist voll stressig. Schön, Alex. Ich will mich drücken. Danke. Warte. Nein, ich muss hinten aufhören. Warte, das ist da. Das ist voll stressig. Was tust du denn so unten, oder? Ja, ich wollte nur schauen, ich wollte nur zeigen, dass ich es auch kann. Das ist schon ein Fehler. Boah. Leute, diese Höhle, Höhle, Höhle. Weil die erstressigen, blauen und grünen Gesen, Alter. Ich will die und zwirbeln gleich vier in den Devils, Alter. Ja. Boah, schau mal, Angry Rayman. Ich habe keinen Plan, wo ich ihn muss rutschen, oder? Ja, passt. Angry Rayman. Arriba. Okay, alles klar. So, dann hat man die erste geheime Hülle erforscht. Okay, jetzt haben wir es verkackt. Super, Gary. Jetzt sind so viele Münzen abgezogen worden. Das ist voll jetzt... Oh, du wart. Okay. Da ist noch ein Gesicht, das Ganze. Natürlich. Okay. Immer vorher, man merke, also man kann natürlich viel was lernen, immer vorher die alten Omas verprügeln, bevor man die Münzen holt. Okay. Kann man ja wirklich wieder nehmen. So, pass auf, jetzt ab ich dann. Alex. Was sind? Münze. Achso, die haben wir nicht gesehen. Warum habe ich das jetzt nicht genommen? Nimm's halt. Omas? Ja. Er muss noch nicht rumjumpen. Ich werde mal kurz. Wird nicht sehr geschenkt. Boah. Boah. Oh. What the fuck? Wo? Oh, die Kati ist schon irgendwo. Wo bin ich? Er tut. Mach's doch alle hin. Oh, ich lieb noch. 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 So eine stressige Scheiße, Alter. Oh, ich lieb noch. What the fuck? Ich war jetzt sehr glücklich, Alter. Kaum machst du so stressige Geräusche, hier ist schon alle los, Alter. Du brauchst dein Leben nach hinten. Einfach draufhauen. Super, danke. Ich wollte dann sagen, wie man es richtig macht. Das ist auch kaum. Die Oma hat mich verprügelt. Jetzt habe ich es verprügelt. Ach so. Da springe ja gar nicht ich. Wo bin ich? Ah, da unten. Oh, da sind wir gut. Wahnsinn. Na ja, der Geri ist gut. Ja. At least hat den Wikinger. Was macht der mit dem Hut eigentlich da? Zaubers. Zaubers. Ja. Er tut ihn reiben. Das ist was, wenn einen riesengroßen... ... ... ... ... ... Okay, was wird uns jetzt wieder erwarten? Hör mal! Was erwartet uns? Der schnachende Bauch. Ich weiß es nicht. Welches Level? Okay, das ist okay. Das ist das Leben. Sam. Wow, what a rainbow! Was hat das für Typen da? Der krummelnde Murmler, Alter. Der murmelnde Krummler, weißt du noch? Nein, der krummelnde Murmler. Ach, das nächste Mal kriegst du keine Milch mehr, Alter. Schwert, Alter. Ah, da kann man eh gleich drauf. Oh, das sind Riesenhaare, Alter. Was ist das für Propeller-Futze da unten? Warte, komm schon. Schau dir so arg aus. Die sind voll drauf, Alter. Die haben ein Sandwich gegessen. Laufen wir auf riesengroßen Schamhaaren von Prinzessinnen, oder? Auf Tentakel-Schamhaaren. Tentakel-Schamhaaren. Boah, nice. Yeah. Das ist schon flott drin. Das haben wir jetzt richtig. Alter, meine Punkte. Hast du viel, oder was? Ja. Voll, schau. Ja, bis zuerst. Boah, bam. Boah, zweiter, Alter. Nee. Schmerzlos. Schmerzlos. Nein, nicht ganz, aber macht nichts. Da ist er schon wieder. Schau, wie er das ist. Der Rimmelpammler. Der penetriert das Zaubergefäß. Der verzaubert das Penetriergefäß. Aber wir haben das erste Mal ein Jackpot knackt, oder? Ja, Alter. Shaken, Alter. Let's go. Papier. Papier. Achso. Was tue ich eigentlich bei dir? Geri. Das frage ich mich schon den ganzen Abend, Alex. Ich bin in der Frise, Alter. Alter, was seid ihr? Wo kommt ihr her? Wer geht heute? Wieso sind wir da, Alter? Pass auf, was kommt jetzt für Level? Was kommt jetzt für Level? Pass auf. Im Tal der Killerschwänz-Kantakel. Oh Gott. Ich bin rein, ernsthaft. Oh Gott. Oh Gott. Muskito, Alter. Du Sau, du. Pass auf. Gewicht, Papier. Alex war ich jedes Mal auf dem Ladebildschirm, Alter. Papier da. Papier da. Pass auf, was ich noch lesen. Boah. 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 Was ist da jetzt los? Warte, lies einmal. Wie schau. Wie das kleine Arme, wo das Kind in den blauen, blauen Dings zahlen muss. Oh mein Gott. Oder kannst du zahlen? Schau mal, ich kann zahlen. Wo ist das denn? Alter, ist das Spiel schon für Kinder? Bleib einmal auf vier Ecke oben, bitte. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Alter, ich schweiz von oben. Was gelesen jetzt? Nein. Wieso? Wie schießt denn? Ach, ich schieß mal. Schau mal. Saug's ein. Saug's ein. Nein, den muss man holen. Man, epische Musik dazu. Wie man auf dem Muskitos reiten. Was fehlt mir mit dem Muskitos? Schau, das ist schon eh. Das ist schon eh gewalt. Tschüss. Er saugt. Du musst einsaugen. Warte, die Buh hat mir ein Muskitos. Nein. Helf, mir was ich sehen. Nein. Da. Boah. Leben inhaliert. Er saugt einfach alles weg. Schau dir was gibt, wie es falsch auch wieder ausschaut. Saug' mir mal was ein. Ja, das muss dann schauen. Wie er ausschaut, als du einsaugst. Dann schau dir voll zack aus. Wo ist einer? Ich schieß ihn weg. Wo ist einer? Warte mal, nicht saugen. Ich schieß ihn weg. Kati, hör auf zum saugen. Kati, bitte hör auf zum saugen. Und jetzt spiel gescheit. Es tut echt schon weh. Gerettet. Also da bin ich. Der grüne Halt. Ja, ja. Moskitos. Nein, ich meine, nicht Moskitos, werfen die? Hexen. Nein, Piranhas. Unterwasser Moskitos. Man kann jetzt auch Granaten einsaugen, glaube ich. Das ist ein Schwarz. Wo ist einer? Ich bin in einer Trocksteinhülle. Hast du das gehört? Nein. Ich sag auch, woher sei ich nicht. Schau, schau, schau. Ha, ha. Ich meine, ich habe einen Turbido eingesaugt. Ha, ha, ha. So. Bam. Achso. Geiler Sound. Eigentlich. Boah! Das war easy. Was haben wir jetzt gemacht? Oh! Boah! Beide Geiern gleich mit zu mir! Oh Gott, ey! Schau! Boah! Kann man den einsaugen? Alter, was ist das? Oh, der saugt uns ein! Warte, wir müssen den einsaugen. Da kann man schießen, glaube ich. Oh, der hat mich eingesaugt. Der hat mich eingesaugt. Oh, die Schiebe! Warte, Ablenkungsmann rüber! Töte ihn! Töte den Vogel! Ablenkungsmann rüber! Wie schießt ihr da? Ob ich? Oh! Wie ist das so? Mh! Mh! Wunderschön! Wunderschön! Ja, ich kann mich bewegen, weil die Karte jetzt einfach in den Käfig prügelt. Oh, Wahnsinn! Die Urgewalt! Kannst du mir doch mal den O-Sapt für die Milch zu geben, bitte? Wenn ich mit O-Sapt. Was? Hooligans! 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 Machen wir einen kurzen Break, oder? Ja, dann werden wir an der Stelle eine kurze Aufnahmepause machen. Und, äh, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel Rayman Origins mit Katja und Geri! Uuuuh! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!